Fragen Sie sich, wie Sie einen Beitrag oder einen Beitrag auf Facebook hinzufügen können. In diesem Video zeige ich Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie auf FB-Posten bei der Verwendung von Facebook müssen wir häufig einen Beitrag oder einen Eintrag in die Zeitleiste einfügen. Das Hinzufügen eines Beitrags auf diese Weise ist ein Kinderspiel und erfordert keine besonderen Kenntnisse. Wenn jedoch jemand nicht weiß, wie man einen Beitrag oder einen Eintrag auf FB hinzufügt, ist dieser Leitfaden für diese Person gedacht.